Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den deutschen Zerstörer auf Stufe 6, die Z31 von den alternativen Zerstörern am Start. Dort werden wir uns natürlich alles genau anschauen, welche Module ich nutze, welche Verbesserungen eingebaut sind. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an. Die Werte vergleichen diese mit anderen Zerstörern auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und das erste Gameplay. Fangen wir doch direkt bei den Modulen an. Dort nutze ich das Zielsystem Mod 1, um die Streuung der Hauptbatterie besser zu machen. Als zweites nutze ich Antriebsmod 2, um schneller besteunigen zu können. Als drittes Tarnsystem Mod 1 für einen besseren Tarnwert. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Bei den Verbrauchsmaterialien haben wir einmal Schadensbegrenzung mit unendlich Aufladungen. Als zweites den Nebelerzeuger mit 2 Aufladungen, wo die Dauer der Nebelwand 65 Sekunden beträgt. Und die Wirkungsdauer 20 Sekunden. Und zu guter Letzt noch den Motorboost mit 2 Aufladungen, welcher die Höchstgeschwindigkeit um 8% verbessert. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich mit anderen Zerstörern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 32 Punkte. Trefferpunkte 23.300. Was auf jeden Fall ein richtig, richtig, richtig starker Wert ist auf der Stufe. Panzerung 6 bis 30 Millimeter. Dort schauen wir uns natürlich auch schnell die Panzerungsgruppen an. Wir haben zwar hier 30 Millimeter Panzerung, beziehungsweise bis zu 30 Millimeter. Das allerdings hier nur an der vorderen Panzerplatte der Hauptgeschütze. Von daher ist es natürlich auch nicht wirklich viel mehr wie andere Zerstörer auf der Stufe. Wobei hier 25 Millimeter Seitenpanzerung ist auf jeden Fall schon sehr gut. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 39 Punkte und haben hier bei der Hauptbatterie 2x1 150 Millimeter Geschütze und ein 1x250 Millimeter Geschütz mit einer Reichweite von 11,6 Kilometern. Was auf jeden Fall eine sehr gute Reichweite ist. Ladezeit 5,5 Sekunden, was etwas schlechter ist als der Durchschnitt. Dauer für die 180 Grad Drehung 12,9 Sekunden, was auf jeden Fall brauchbar ist für die Stufe. Und die Sprenggranaten machen einen Höchstschaden von 1800 mit einer 12%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und der AP-Granaten-Höchstschaden liegt bei 3700. Damit haben wir auf jeden Fall einen sehr schlechten HE-Schaden pro Minute. Allerdings einen minimal überdurchschnittlichen Feuerstarter und einen durchschnittlichen AP-Schaden pro Minute. Die AP ist natürlich sehr, sehr böse. Gerade dort gegen leicht gepanzerte Kreuzer in der Breitseite kann man auf jeden Fall gut Zitadellen machen. Bei den Torpedos haben wir 12 Punkte und dort haben wir 2x4 533 Millimeter Torpedowerfer mit einer Ladezeit von 120 Sekunden, was leider doch eine schlechte Ladezeit ist. Dauer für die 180 Grad Drehung ganz normal 7,2 Sekunden. Höchstschaden liegt bei 12.867, was leider auch eher ein schlechterer Wert ist. Torpedo-Erkennbarkeit zur See mit 1,2 Kilometern ist relativ gut. Torpedo-Reichweite mit 7,5 Kilometern doch auch eher relativ schlecht für die Stufe. Und die Torpedo-Geschwindigkeit hier mit 52 Knoten auf jeden Fall sehr, sehr schlecht für die Stufe. Und damit haben wir auch eher einen schlechteren Torpedo-Schaden pro Minute. Sind natürlich so ein nice to have, aber man kann sich dort nicht so wirklich drauf verlassen. Bei der Flugabwehr haben wir 24 Punkte und dort haben wir 6x2 20 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 25 und einer Reichweite von 2 Kilometern. Dann noch 2x4 20 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 12 und einer Reichweite von 2 Kilometern. Und zu guter Letzt noch 4x2 37 Millimeter Geschütze mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 41 und einer Reichweite von 3,5 Kilometern. Und damit haben wir auf jeden Fall eine etwas überdurchschnittliche Flugabwehr, was den mittleren Schaden pro Sekunde angeht. Allerdings die Reichweiten auch eher nur durchschnittlich. Dann kommen wir zur Manövrierbarkeit. Manövrierbarkeit, dort haben wir 77 Punkte, Höchstgeschwindigkeit 35 Knoten, was doch eher langsam ist für die Stufe. Wendekreisradius auch eher ein etwas schlechterer Wert mit 670 Metern und auch die Ruderstellzeit hier eher ein schlechterer Wert mit 4,8 Sekunden. Und zu guter Letzt kommen wir zur Tarnung. Dort haben wir 89 Punkte, Erkennbarkeit zu Wasser 7,2 Kilometer, was auf jeden Fall auch schlechter ist als der Durchschnitt. Erkennbarkeit zu Luft auch schlechter als der Durchschnitt mit 3,6 Kilometern. Garantierte Erkennbarkeitsreichweite ganz normal 2 Kilometer und Erkennbarkeit beim Feuer und Nebel sogar 3,1 Kilometer, was ein sehr sehr schlechter Wert ist. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich den Erich Bay mit der Basisfähigkeit verschlagen und geskillt habe ich dort einmal aufmerksamer Zorn, um die Ladezeit der Hauptgeschütze nochmal zu verbessern. Außerdem sehen wir feindliche Torpedos etwas früher, was natürlich sehr sehr angenehm ist. Wir verschlechtern zwar etwas die Ruderstellzeit, damit müssen wir aber leben. Als zweites prüfender Blick, um den Tarnwert nochmal zu verbessern. Als drittes aufmerksam, um einfach weniger Schaden zu erleiden und nochmal die feindlichen Torpedos etwas früher zu sehen. Außerdem wird uns hier der nächstgelegene Gegner angezeigt, was natürlich sehr sehr nützlich ist. Als viertes Nebel über den Wasser, um die Nebelwand noch etwas zu verstärken. Als legendären Skill unaufhaltsam. Und bei den Inspirationen nutze ich einmal den Jersey Swirsky, um den Tarnwert noch etwas zu stärken. Und als zweites den William Sims, um hier noch weitere Trefferpunkte zu bekommen. Alternativ könnte man aber auch hier den guten Burke als Inspiration nutzen, um hier die Granatengruppierung der Hauptgeschütze zu verbessern. Wie gesagt, man möchte dort versuchen schon, vielleicht den einen oder anderen Kreuz an der Breitseite mit der AP zu ärgern. Speziell auch auf Schlachtschiffe in den Aufbauten kann man mit der AP auch gut auf Breitseiten Schaden machen. Oder auch der Zazenbing könnte eine interessante Wahl sein. Hier könnte man nämlich nochmal die minimalen Abprallwinkel der AP-Granaten verstärken, welche sowieso schon bei diesen alternativen deutschen Zerstörern verbessert sind. Ich bleibe in der Runde aber beim Jersey Swirsky und William Sims und ich würde sagen, wir gehen mal direkt ins Gefecht. So, wir sind im Gefecht auf der Karte Skandinavien. Die neue Karte, die wir dieses Update bekommen haben. Schön, dass wir hier auch eine Vorstellungsrunde drauf haben. Mit dabei der Captain Yoink in der Atlanta und der Tactic Angel in der Ashitaka. Müsste, glaube ich, die kleine Version von dieser Karte sein. Es gibt diese Karte auch nochmal ein etwas größer. Drei Zerstörer im Gegner-Team. Ein Kreuzer, fünf Schlachtschiffe. Jetzt nicht unbedingt das Matchmaking, was man sich wünscht. Man wünscht sich doch in der Regel, dadurch, dass diese Zerstörer-Linie doch sehr AP-fokussiert ist, viele Kreuzer, die man möglichst auch mit Zitadellen versorgen kann. Das wird in dieser Runde ein bisschen schwieriger. Optimal wäre dort natürlich ein Matchmaking mit drei, vier Kreuzern. Aber schauen wir mal. Wir fahren natürlich als erstes nach vorne zum Aufklären. Die alternativen deutschen Zerstörer sind halt relativ träge. Man hat zwar einen Tarnwert, den man durchaus nutzen kann, um auch irgendwelche Cap-Punkte einzunehmen, aber die Schiffe sind sehr, sehr träge und dort ist natürlich immer ein gewisses Risiko da, weil man auch speziell keinen Sonar hat, dass man dort Papelos kassiert, weil die Schiffe doch relativ klobig sind, so kleine Mini-Kreuzer kann man schon fast sagen, ohne Zitadelle. Dennoch kann man einigermaßen damit trotzdem den normalen Zerstörer-Aufgaben nachkommen, aber da gibt es deutlich bessere Kandidaten, die das natürlich dann besser können und ist vielleicht auch nicht unbedingt die beste Zerstörer-Linie, um auf Sieg zu spielen. Da haben gewisse andere Zerstörer-Linien einen größeren Einfluss, definitiv. So, sind jetzt hier auch selber geortet. Machen hier erstmal den Torpedo-Winkel klein und die Gneisenau scheinen dort relativ nach vorne zu pushen. Hauen dort auf jeden Fall auch unsere Torpedos raus und ich vermute mal, dass hier rechts auf der Seite irgendwo der feindliche Zerstörer ist, beziehungsweise einer von drei. Erzählen jetzt hier auch unser Schiff und gucken wir mal, ob er dort kommen sollte. Da haben wir ihn auch schon, konnten wir aufklären. Schießen wir auf jeden Fall auch mal direkt drauf mit der AP. Man kann ruhig die AP, sofern die feindlichen Zerstörer auch gut Angriffsfläche zeigen, nutzen, um dort auch gegen Zerstörer gut Schaden zu machen. Muss uns hier logischerweise nebeln, weil hier vier Schlachtschiffe sind auf der Seite, die auch alle auf uns schießen können. Wir treffen hier glücklicherweise einen Torpedo. Das sieht so aus, als wenn die Gneisenau auch kein Schadensbegrenzungsteam gerade einsatzbereit hat. Daher wechseln wir jetzt hier auch noch mal zur HE, in der Hoffnung, auch noch mal mit unserer Hauptbatterie einen zusätzlichen Brand neben der Flutung zu machen. Und die Gneisenau flutet jetzt hier auf jeden Fall runter, wie es aussieht. Den Brand kriegen wir jetzt auch noch, sehr, sehr schön. Und draußen ist hier schon mal die Gneisenau. Wir konnten hier gut unseren Nebel in der Zeit nutzen. Wir gehen jetzt hier auch auf die North Carolina. Die bietet doch relativ viel Breitseite. Daher macht es auch durchaus Sinn, dort mit AP die Aufbauten zu schießen. 1700 mit der Salve gemacht. Nebel verschwindet langsam, deswegen nutzen wir jetzt hier auch unseren Motorboost, um dort vielleicht ein bisschen leichter ausweichen zu können. Wobei die Nagato uns doch relativ solide hier trifft. Papelos hauen wir auf jeden Fall mal raus. Wechseln dementsprechend auch zur HE-Munition, in der Hoffnung, dass wir dort vielleicht ein Schadensbegrenzungsteam ziehen können für eine permanente Flutung. Wir kriegen hier auf jeden Fall einen Brand gegen die Nagato. Tut uns ja leider aber nicht den Gefallen, dort direkt das Schadensbegrenzungsteam zu nutzen. Aber den einen Brand nehmen wir auch mit. Wechseln jetzt wieder auf die AP-Munition. Wobei der Winkel gerade nicht optimal ist. Die meisten Granaten haben dort leider einen Schaden gemacht. Feindlicher Zerstörer ist dort immer noch in seinem Nebel. Ist dort keine große Gefahr für unseren Team. Von daher brauchen wir jetzt hier auch nicht so viel machen. Stattdessen versuchen wir jetzt hier nochmal die North Carolina mit der AP ein bisschen zu beschädigen. Ich sag mal so, die AP im Kampf gegen Flachtschiffe der Z-31 ist okay. Ist aber trotzdem nicht optimal, sag ich mal. Man möchte, wie gesagt, hauptsächlich, wenn man die AP nutzt, natürlich gegen irgendwelche Kreuzer, die sie verwenden. Aber wenn man halt einfach Pech hat vom Matchmaking her. Und dort halt keine Kreuzer oder kaum Kreuzer in der Runde sind. Oder wie jetzt hier aktuell, ein Kreuzer, der auf der anderen Seite der Karte ist. Dann kann man natürlich schon ein bisschen auch mit der AP Schaden gegen Schlachtschiffe machen. Aber es ist halt sehr, sehr mühsam, sagen wir mal so. So, die Nagato zieht sich zurück. Wir haben jetzt hier noch eine Karnhorst. Mehr oder weniger alle drei Schlachtschiffe haben sich jetzt hier hinter einer Insel positioniert. Um sich dort erstmal zurückzuziehen. Da ist die North Carolina wieder. Wir wechseln dort auch direkt wieder zur AP Munition. North Carolina hat hier auch sehr, sehr große Aufbauten, wo man wirklich sehr gut reinschießen kann. Und ihr seht es auch, die Genauigkeit der AP ist auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Damit kann man auf jeden Fall sehr, sehr gut arbeiten. Speziell im Kampf gegen Kreuzer. Sehr effektiv, wenn man dort die Breitseiten bekommt. Optimalerweise auf 8 Kilometer oder noch geringer, was die Distanz angeht. Und das ist natürlich auch durchaus machbar mit dem Tarnwert, dass man sich dort die Breitseite von einem Kreuzer schleichen kann, um diesen dann mit Zitadellen runterzuschießen. So, Nagato ist auch draußen mittlerweile. Bleibt nur noch hier die Scharnhorst. Und auf der anderen Seite die Miyoko übrig. Hat noch volles Leben. Vielleicht haben wir ja doch noch irgendwie eine Möglichkeit in der Runde, die Miyoko ein bisschen mit unserer AP zu versorgen. Wird dort aber gerade von unserem Schlachtschiff beschossen. Scharnhorst leider genau in dem Moment in der anderen Richtung unterwegs. Von daher werden wir dort wahrscheinlich nicht mehr so viel machen können. Bisschen Pech gehabt. Wären wir rechts rumgefahren, hätten wir dort natürlich unsere Torpedos vielleicht im Nahkampf rauswerfen können. Scheint aber gegen die Insel zu fahren. Muss jetzt den Rückwärtsgang einlegen. Vielleicht haben wir dadurch doch nochmal die Gelegenheit, den einen oder anderen Torpedo zu treffen. Hauen auf jeden Fall mal beide Torpedofächer raus. Und nutzen jetzt hier auch unsere AP wieder. Schöner Treffer hier auf jeden Fall. Ich glaube anderthalb tausend oder sowas um den Dreh waren es. Aber wir haben mittlerweile die Miyoko-Reichweite noch nicht unbedingt die optimale Entfernung. Auch nicht die perfekte Breitseite, die wir jetzt hier aktuell haben. Wir treffen hier ein Torpedo gegen die Scharnhorst. Und den zweiten. Damit ist die Scharnhorst draußen. Aber ihr seht schon trotzdem, obwohl wir jetzt noch kein Glück hatten, dort eine Zitadelle zu bekommen. Machen die Treffer teilweise über tausend Schaden. Da zum Beispiel die Salve fast 5000 ohne Zitadelle. Wird jetzt hier leider auch relativ massiv von unserem Schlachtschiff noch getroffen. Und geht auch jetzt relativ schnell raus ohne eine Zitadelle. Schade. 111.000 Schaden wurden es am Ende. Mit 129 Hop-Batterie-Treffern, 3 Torpedo-Treffer, 2 Ausfälle, 3 Schiffe zerstört. 4 Brände gemacht, 2 Wassereinbrüche, 3 Schiffe aufgeklärt. Und dann gab es den Unterstützer und das Großkaliber. Schauen uns auch schnell das Team-Ergebnis an. Schöne Runde hier auf jeden Fall. 2700 Basis-EP und im Gegnerteam die Kiew-Bester-Gegner. Werfen noch einen Blick auf den Wirtschaftszweig. Haben in der Runde 358.000 Kreditpunkte Profit gemacht. Mit dem einfachen Booster und dann gab es noch etwas an Erfahrung. So Leute, das soll es auf jeden Fall mit der Schiffsvorstellung der Z31 gewesen sein. Auf jeden Fall ein Zerstörer oder eine Zerstörer-Linie. Wo diese startet, die relativ AP-fokussiert ist. Und dort speziell im Kampf gegen Breitseitenkreuzer sehr sehr effektiv ist. Wer von euch die Elbing schon besitzen sollte, in diese Richtung geht das Ganze auf jeden Fall. Wer also die Elbing gerne spielt, wird auch hier den Spaß dran haben. Und auch andersrum logischerweise. Leider hatten wir jetzt hier kein optimales Matchmaking. Man möchte natürlich in der Regel schon ein paar mehr Kreuze an den Runden haben, um die AP noch effektiver nutzen zu können. Aber realistisch gesehen wird man leider halt in den meisten Runden hauptsächlich Schlachtschiffe haben. Und wenig Kreuzer. Das ist natürlich normal auf den Stufen. Ähnliches Problem, wie auch schon bei den französischen Schlachtkreuzern, die im Spiel gekommen sind. Beide Linien quasi äußerst effektiv gegen leicht gepanzerte Kreuzer. Aber diese sind natürlich eher auf den Stufen Mangelware. In der Situation in der Runde gegen der Miyoko hatten wir leider das Pech, keine Zitadellen zu bekommen. Allerdings ist das auf jeden Fall durchaus möglich. Lag so ein bisschen dran an der Reichweite, Winkel plus auch das Zielen war nicht optimal. Ich habe hier aber nochmal zwei Clips für euch, wo man sieht, dass es doch sehr sehr gut möglich ist. Hier haben wir eine Situation München auf über 10 Kilometer. Auch nicht perfekt breitseite, dort ein bisschen angewinkelt. Und ihr seht schon, die Salve ist in der Luft. Und eine Dreifach-Zita, fast 13.000 Schaden auf der Entfernung. Das hat mich selber auch sehr überrascht. Und wenn man es natürlich schafft, dort auf geringer Entfernung einen Kreuzer zu überraschen, in der Breitseite wie wir hier mit der Sotsuya, dann kann man natürlich sehr sehr schnell kurzen Prozess machen. Erste Salve, drei Zitadellen direkt hier. Die Sotsuya hat keinerlei Chancen dort zu reagieren. Dann nochmal eine Doppel-Zita hinterher und die dritte Salve ist draußen mit einer Dreifach-Zita. Also ihr habt es gesehen, Zitadellen gegen Kreuzer sind dort auf jeden Fall gut machbar. Und ja, das soll es auch soweit gewesen sein. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao. 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 Ciao.